Also ich habe jahrelang ausgebildet, Konditoren im Cliff Hotel und auch hier, seitdem ich selbstständig bin, vier, drei. Und ja, das ist auch eine Menge Arbeit, die jungen Leute immer zu motivieren. Dass sie auch Spaß an ihrem Job haben, obwohl sie früh aufstehen müssen und Feiertage arbeiten müssen, wenn andere feiern oder wie auch immer. Aber es hat auch immer Spaß gemacht, war schön. Wie motivieren Sie junge Leute, sich für diesen Job zu interessieren? Ja, sie machen letztendlich auch mal was, was sie vielleicht mal gerne machen, modellieren mal was aus, machen nicht immer nur die ständig gleichen Arbeiten. Wir haben ja so viele unterschiedliche Sachen zu tun, wie an Hochzeitstorten die Dekoration oder Kindergeburtstagstorten. Nicht immer nur das Alltägliche. Da muss also praktisch Ihre Mitarbeiterin schon ein bisschen Kreativität mitbringen und Vorstellungsvermögen. Ja, aber das entwickelt sich dann meistens erst. Es ist nicht immer so, dass das gleich da ist. Aber Ihre Kollegen, äh Mitarbeiterinnen sind sehr zufrieden. Bist du zufrieden? Sie ist ja jetzt erst fertig geworden. Ja. Jetzt im Herbst mit gut abgeschlossen. Topic. Jetzt ist sie noch bei mir bis zum Ende des Jahres und dann möchte sie sich mal ausprobieren woanders. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Vielen Dank.